guten morgen was die wie kommst du schon wieder raus 13 uhr alle tiere draußen mal gucken mahmud ist nicht da ich kann nicht anrufen kein gut haben alles mühl hier das steht die die kann liegt hier schon seit zwei wochen keiner klotzt die tür ist offen habibi jetzt kann ich das pferd nicht raus also es ist eine bullenhitze zwei kater sind schon draußen bombi du bist der liebe das sieht aber auch mystisch aus mal her die kacktehn hallo ich nein du kannst nicht raus habibi geht nicht mal ganz kurz schauen heute die leg ich will es euch nicht zeigen ich denke immer irgendwas stimmt nicht 1 2 3 1 2 4 4 4 ich geh das gesicht in die spinnweben das brauchst hi jetzt gucken wir mal was hier los ist herrlöchen oh entschuldigung rasti komm kopf eingehen komm rasti entschuldigung komm komm ich hole dich habibi malisch komm ich hab dich total eingesperrt komm dann bist du oder ein Baby, oder wie, oder was. Nee, alle da. Hab grad gedacht, bist du ein Schaf? Nee. Wer ist denn jetzt schwanger da? Du. Du bist nett. Fausi. Wer guckt? Oh Mietzi. Sag mal, seid ihr bescheuert? Was ist hier los? Lässt aber alle raus. Ach, dieser Mann. Kommt jetzt, lecker, lecker, komm. Hast dich beruhigt, komm. Ich hab mich auch beruhigt. Komm, komm, komm. Komm jetzt, jäle, jäle. Komm, jetzt traut er sich nicht. Na komm, lecker, lecker. Hab ich da jemanden springen sehen? Ja, komm. War das nicht? Nee, das war kein Gafi. So, und jetzt wollen wir gucken, wo ihr rausgeht. Wo gehen sie raus? Hä? Ja, ist schön. Ach, nee. Oha. Du, jetzt haben sie sich da wieder. Da ist schon wieder. Ist Bambi da? Bambi? Bitte nicht. Es werden immer weniger. Licht an. Hallöchen. Hallöchen. Bambi ist natürlich einer der Ersten, der abhaut. Ach, nee. Und was hat Mahmoud gesagt? Er kümmert sich drum. Ja. Wieso ist denn das jetzt schon wieder hier? Ich hab's doch weggemacht. Holst du den Müll? Also, es ist horrible. Really. Guck mal. Bambi! Na gut, nimm's. Da kümmerst du dich, mach schon, tust du, dann hauen die dir ab. Dann haut halt ab. Na, egal. Rennst nach Luxor, kastrieren, pipapo. Tschüss, wolle sie weg. Dann werden sie entführt oder vergiftet. Ah, nee. Ja, ich hab's jetzt zugemacht, aber alle Katzen draußen. Da. Bambi fehlt. Wird mir doch nicht hier hinten. Aber der kommt raus, wenn ich komm. Ach, du brauchst Wasser, ja. Ach, Mann. Bambi, lecker, lecker. Ach, das kannst du nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ja, du siehst auch ein bisschen besser aus, ja. Das Fell wächst nach. Und du? Hm? Sag hi. Hi. Ja, Habibi, ja. Au! Habibi, nicht so. Das tut weh. Sei lieb, la. La, la, la. Leute, ein Kommentar war, das ist doch gar nicht Sim Sim. Ja, wer soll's denn sein? Was meint ihr, so ein ausgewachsener Affe, der lässt mich nicht so nah zu sich ran. Oder der will mit mir die Hand. Der wird nicht voll angreifen. Ja, ist gut. Du bist Sim Sim. Mausi, wie geht's dir? Ja, siehst du Bambi? Der ist abgefatzt. Bei der Oma? Kannst du ihn bitte bringen? Bitte, bitte. Ja. Oh, der sucht dich. Komm. Die haben ja gar kein Wasser mehr. Oh, nein. Hörst du? Der ruft dich. Uäh. Der will zum Mausi. Guck mal, wie er guckt. Der liebt die Mausi. Leute, das ist Sim Sim. Wer soll's denn sein? Woher soll ich so einen Affe kriegen? Sag mal. Manche Leute, sie echt lachen. Ist zum Lachen. Uäh. Was machst du am Boden? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, alle da. Nee, wo ist jetzt dieser Momo? Diese Momo. Ach so, da hockst du. Wollt ihr euch ein Nest bauen? Nee. Warte. Warte. Nee, und ihr? Hallo. Ich muss euch das Wasser wegnehmen. Hier. Wasser. Bist du schon zum Ding gegangen? Mausi. Hast du doch die Kanüle dran? Boah, guck dir das an. Schon wieder. So, ganz. Und da ganz kurz. Mit Blut. Dass der mich immer so beißt. Der Säckel. Mich nervt das. Jetzt ist das Loch aufgegangen. Mano. Ach. Ja, trink. Arme Maus. Gut. Jetzt fehlen hier Katzen. Ah. Rosi. Haben wir Rosi da? Rustis da? Pummi ist da. Pummi ist da. Pummi ist da. Pummi ist da. Wo ist Rosi? Miezi, du kleine Verbrecherin. Lecker, lecker. Ja, Rosi ist auch weg. Also Rosi, Gaffi und... Wie heißt er? Der Bambi. Paris ist da. Warum lässt du deine Schwester eigentlich raus? Und warum haust du ab von ihr, Rusti? Du musst auf die aufpassen. Lecker, lecker. Sind das Viecher? Ja. The Babyboy sitzt da hinten. Ja. Boah, das tut aber schon weh, gell? Also wir sind gerade am Pool rauslassen. Aber die Maschine... Ja, sie hat auch kein Wasser. Und die sind alle leer. Oh, oh. Was machen wir denn jetzt? Habt ihr genug Wasser? Hast du Wasser, Beauty? Nee. Alter, nein. Oh, mein Gott. Wir haben nämlich in dem einen Klo kein Wasser. Mein Klo. Und beim Baba... Baba Bad hat Wasser. Das ist so, dass manchmal Wasser kommt ohne Maschine. Ach, nee. Und unsere Wassermaschine ist das zweite Mal kaputt. Und Mahmoud hat seitdem keine Lust. Der will jetzt den Pool... Die Maschine vom Pool will er das Wasser raus. Dann Wasser rein. Und dann will er die Maschine wechseln. Guck mal, wie viele Eier hier... Ui, 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 ui. Alle versteckelt. Hoffen nicht, dass ich hier irgendwelche... Wir haben im Bad eine kleine Minischlange gehabt, Leute. Das sah aus wie ein Wurm. Ich bin mal nicht sicher, ob das Schlangensinn. Wirklich. Also die Maus hat auf jeden Fall Medikamente gekriegt gegen Parasiten. Mach auf noch. Ich hab nicht auf. Ach so. Ja, ja, ich komm. Also... Nano-Zoxid oder so heißt es. Schnell, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Dieser kleine Frecke. Ah, hast du das Tor zu? Haben wir... Jetzt fehlt noch der Bambi. Da oben. Rosi. Komm, Rosi. Super, Mausi. Super. Ja. So. Na, komm, Fino. Du darfst auch raus. Komm, Fino. Komm, Fino. Erstmal begrüßen. Und jetzt noch der Bambi. Schlafen die? Du, die dürfen nicht bei der Schwester sein, bei der Nura. Die schleichen sich an einem Popo. Wenn da Fäkalien am Popo sind, pipapo, das geht halt nicht. Pipapo, ihr wisst. Popo und so. Au. Jetzt gucken wir mal hier. Zwei, vier, sechs Eier. Super. Ich habe jetzt Angst, wenn die Schwiegermutter kommt. Hast du Eier? Hi. Hi. Ja. Oh, ihr habt es aber schön kühl. Guck mal. Das ist dein Ohr. Schlappi. Kleiner, süßer Schlappi. Warte mal. Habt ihr Wasser? Ja, Wasser ist da. Okay. Ja, machen wir schnell die Tür zu. Hier ist schön schattig. Viel besser als draußen. Seid froh mit eurem Fell da. Habt den guten Raum. Erwischt. So. Die sechs Eier. Eins, zwei, drei, vier Hühner. Also, wie sieht es aus? Guck mal, das ist der letzte Hahn. Der andere ist schon in Sibirien. Gell, rote Zora? Ja. Boah. Kann sein, dass der jetzt nochmal wächst. Ich hatte das auch mal einen, der war kleiner. Und als der große Hahn weg war, hat der sich richtig entfaltet. Seine Hormone rausgespuckt. Jetzt bin ich der Boss. Gell? Werden wir sehen. Ja. Und keine Ahnung, ob das ein Weibchen vielleicht dabei. Das sind doch Hähne. Ja. Die wachsen langsamer, weil die haben ja diese am Kopf, die Blutung da gehabt. Whatever. So, eine Ding nehme ich mit raus. Upsala, die sind ja alle nicht so. Pechketthühner, ihr habt Wasser. Komm, du hast schon getrunken. Wer braucht noch? Weiß gar nicht, was wir machen sollen. Mach mutig in der Stadt. Weiß gar nicht was. Ne, das ist für die Hasen. Was der da macht in der Stadt. Einkaufen, okay. Vielleicht repariert er das Auto. Okay. Der goldene Kia ist schon wieder von der Nass weggekauft. Ne, stimmt gar nicht. Was erzähle ich da? Der war nicht gut. Der, die wollten es nicht kaufen, die Vorgänger. Weil, der war irgendwas mit der Gelenkstange. Das ist ein Motorproblem. Also jetzt zählen wir mal alle acht da. Ja, ja, ja. Komm, trinke, trinke in der Hitze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Wisst ihr, das ist mit dem Abschirr, mit dem Heu gar nicht schlecht. Das hat nämlich, das kühlt die, als wenn ich hier volle Bulle immer putzen würde. Und die ganzen, hei, der Bim Bam. Oh, ist das eklig. Ne, das können wir nicht putzen. Das drehen wir um. So. Hm. Weil wir haben nicht so viel Wasser zum Putzen. Leave me alone. Und hier ist auch noch was Gutes. Das ist das Aua. Kopf angeschlagen. Was machen wir nicht alles für die Fiecher? Schönes Bolle. Sogar in das Ding hier habt ihr ein Bobbele reingesetzt. Wieso denn? Ja, ich hab Durst, ich wo ist. Hätte ich, ups. Guck mal, malisch, Leute. Jetzt. Ja, ich hab das umgedreht. Das soll ein bisschen austrockeln da. Trinkt mal schön. Was ist mit euch? Was ist mit dir los? Bist du ein Einzelgänger? Nee, gehört dazu. Logisch. Schön trinken, ihr armen Mäuse. Das wär ja schade, wenn die verdursten würden. Stell dir das Ding vor. Die haben nicht mal Hunger, schau. Bei der Hitze auch. Die wollen trinken. Ja, ihr Mäuse. Komm, du auch trinken. Hast du Angst vor mir? Ich geh raus. Gut, gut, gut. Meine Süßen. Jetzt brauche ich noch die Eier. Die packe ich hier rein. Und das wieder drauf. Es ist ein Graus mit dem Zeug hier. Leute, bis jetzt keine Rückenschmerzen. Eui, 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 eui. Ich bin bei 80,0. Gut, bestimmt jetzt 80,1 schon wieder heute Morgen. Das wechselt sich ja. Ich hab heute Morgen Leber gegessen. Ah! Ich hatte so Hunger. Dann hab ich gedacht, komm, Rindsleber hab ich noch. Drei Päckle. Was macht die mit unseren Eiern? Die nehm ich mit. Die sind konfisziert. 2, 4, 6, 7, 6 oder 7. Konfisziert. Von der Regierung. Willst du ein Leckerli? Okay, ich hole was. Natürlich, natürlich. Die conjugate. Eine Sekunde. Die hat keine Zeit mehr. City. Beauty. ich von unseren guten gurken so fertig gehen wir mal darüber ich kann dir sachen seit der junis hier das gewaschen hat lauter dreck am boden das trocknet auch nicht trotz hitze computer kam heidi hat für alle was nicht nur für dich du kriegst das kleinste stück ja schätze auf dem boden halt geld der jack kriegt das größte und du das mittlere jetzt brauchst du nicht mehr kommen fertig ich habe ich habe gewartet ich habe vor der tür gewartet wie ein depp ich lasse mich nicht bist du verrückt jetzt bist du sauer ich lasse mich nicht verarschen halt ich sage ich selber angst vor dir du gell die fütternde hand die man gibt die beißt man nicht nein lieb sein willst du noch ja komm komm hast du gesehen ist sauer dass ich den eseln geben habe jetzt gucke ich höh ok wer hat den stuhl kaputt gemacht ich war es nicht ja klar bin ja nur in der psychiatrie gut weiter geht die hat durst habt ihr auch durst da trink doch mal die milch von der anna nicole kidman ich finde es war eine der schönsten frauen der welt gell hat man ganz kurz schauen kommt hier wasser raus ich glaube es nicht hat mause geweckt ja wie schon gar nichts passiert der gesagt das wasser ist doch noch gut geht doch du rein das sind so kleine am möbeln die klettern mir in meine aufgerissene haut dann habe ich wie solche licht an das gar nicht gut dann könnt ihr die hasen nicht in ruhe lassen nachts ja wir müssen jetzt wasser schleppen aber jetzt spüre ich der rücke ja mäuse ich komme nicht ich komme nicht ich habe kurz zeit jetzt rufe ich den vater an wenn der kommt das ist das problem hier ist das ja mama kommt kommt raus es ist ein graus kein wasser in der haus guck mal erst trinken dann die hatten den trockenen mund die konnten das weizen kleine fressen es wird verstehe ich auch erst trinken ihr armen mit dem feld noch bei 43 grad oder was heute mal sah es gut aus dann sah es schlecht aus jetzt gucken wir mal ne und mach mutig nett gekommen guck mal das ist auch wasser das tut es noch mal hinlegen die erde ihr mäuse hat man hier wasser dann können wir den jertal voll machen für die beauty was macht ihr da hier sieht es doch nach wasser aus das wasser kommt nämlich von der straße haja 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 komm beauty juhu so trink mädel trink trink mädel trink lass deine sorgen zu haus trink trink mädel trink du willst nicht nass werden ja komm mach ich aus jalla ich hab trink oh schön kalt glaube ich auch gell oh frisch from the fridge ganz tief von der von der quelle unten super müssen wir noch zu den eseln schleppen und zu den schafen du bist fertig das kann doch nicht sein nochmal gestern ist mein internet finish gewesen gleich nach dem livestream alhamdulillah und muss aufpassen und dann ist auch die Baka weg meine ganz Guthaben ist weg komm nochmal warum ist denn das so bescheuert malisch malisch pferde trinken manchmal zwei solche bis sie satt ist ja habibi habibti ja halas malisch malisch ja okay ah trink die pferde die pferde säufen wie sagt man manche sagen das doch ich gehe die viecher die viecher müssen saufen das sagen die bayern und die schwaben glaube wir sind so ein bisschen ordinär wie sagt denn der der norddeutsche wenn er zu den tieren geht trinken ja habibti entschuldigung ich wollte nur halten dass es nicht umfliegt ja halas nochmal jetzt müsste es aber lange jetzt zwei dinger reicht lass mal die Esel die haben auch durst ja komm geh lecker lecker nommel nee na gut zeig will ich das auch noch trinken das klappt noch na gut trink halt ich will auch trinken hm könnt ihr mal sehen wie heiß das ding hier ist man manisch seit keine ahnung neune weg wir haben jetzt zwölf für eins herum halas gut also die kühe trinken auch immer auf einmal zwei solche Eimer schleppe ich jetzt zu den Eseln trinkst du zuerst soll ich ich hab kein Durst sag mal für was schleppt die Mutti komm trink nö na dann ok eins reicht dann kriegen die Scheiße und das hat halt mal ein Henkel weißt Henkel wegbissen ist mir allein da rinnt einem der Schweiß die Stirn der Nase an den Schläfen entlang brauchst nix mehr Fitnessstudio hei den und er sagt immer die Luft sei so gut hier ich hab mal was gesehen dass die Luft hier eigentlich gar nicht gut ist in Deutschland ist eine gute Luft hier ist alles mit Feinstaub von der Wüste von der Wüste voll mit Feinstaub alles ja es geht auf die Lunge stell dir mal vor jetzt lebst noch in Kairo oder so Großstädten du Mausie ok meine Lieben jetzt ist der Letzte mehr kann ich nimmer schleppen ja guck das schafft trinkt noch bei der Mutter aber da noch Wasserwolle ja schmeckt gut schön kalt ja Frieda mam 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 habt ihr keine Durst hä komm Züge Nugi Tini ja wir warten ja noch auf den Ersatz und dann zieht Tini aus weil den Bock brauchen wir nicht leider ihr wisst wie es ist ja was hi guck wie süß der Babyboy ja die wäre das ich schon ok ciao dann jetzt gehe ich duschen ich hebe keinen Müll auf nein Pixie jetzt heißt meine schöne Katze Pixel ne wie die Ex vom San Diego ich glaube es nicht meine hieß nee gut die hieß zuerst so ihr Hund heißt so bei mir ist die Katz Pixie Pixel eigentlich weil die so pixelig war jetzt guck ich mal Mause geht es besser aber die muss noch die Hälfte vom Tropf die bleibt heute auch noch zu Hause heute ist der schwere Tag ja guck ich kann immer ich bin fix und ihr bleibt schön hier unten ist euer Wasser schön aufpassen auf die Tür richtig okay das war's im video bis die tage bye bye was bye bye ich höre oh 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 dachte der 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 mann kommt das pferd ist draußen Hilfe aua stopp 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 close it so ein Scheiben kleister der hat ja nicht mal Klima an du hast ja halt mal Klima air condition i want to sit and refresh wait 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 ciao bello come habibti oh das riecht aber gutes auto come 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 gut gemacht gut gemacht guck mal ja beis zuckerrübe ist immer gut jetzt kann ich schleppen weiter schleppen ich wollte duschen gehen allein hätte er es auch geschafft aber er muss ja hupen irgendeiner wird schon kommen close this horrible music is what is this coming in the flesh was ich trage i cannot oh sahne ich kann kaffee trinken oh habibi oh i i can only go two times i make all the animals water you can i must kill just here i take from here with the jirdal one by one i'm fix und alle fix und fertig say it fix und fertig ja aber alhamdulillah you're back gut jetzt aber wirklich bis die tage masse lemma bye bye